Und willkommen zurück zu Metroid Prime 3. Okay, wir haben das letzte Mal das Schiff verbessert. Und irgendein Energiemuster. Okay, ich hab die 1 gedrückt. Ja, ist so bezeigend, dass ich zurück muss. Schätze ich mal... Ist das... Ja, doch, das ist es. Genau da muss ich da sowieso hin. Warte mal, ich kann ja gleich in den Schiff rein, oder? Mach's das jetzt mal einfacher. An Bord gehen. Direkt von der Weg fliegen, ne? Ist das nicht Luxus? So, ähm... Da drücken wir mal. Hier, äh... Da drüben war's, oder? Ja, ich glaub schon. Wird schon passen. Ja, doch, ich glaub schon. Die Україne bed 3000 planetaraismat fog. Oh, ja. Ja, ja. Oh, ja. So, okay, ich bin schon übel weit am Anfang. Das ist schon Part 8 oder 7, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, die Art sogar. Oh, ne, ein Gegner. Wo kommt der denn her? So, ich habe hier einen Shortcut, ne? Das ist doch schon mal gut. Space Piraten? Du meinst, ich kann nicht die Beine treffen, oder? Ich kann doch die Schild wegnehmen. Der da hier bei MagicBank rein, ich bleibe doch zwei. Der kann fliehen. Okay. Dass die jetzt andere Gegner sind, ist schon interessant. Da haben wir doch gar nicht gerechnet. So, wir müssen wieder das treffen. Ich meine, das ist irgendwie cool. Auch wenn ich da zweimal schwingen muss. Vielleicht kann man das schaffen mit einem Schwung, aber... Ich schaffe das halt auch nicht. So. Ich will jetzt noch eine Plattung. Und jetzt haben wir die Drohne fertig. So, ich bin da oben. Okay. Die hält zum Glück absolut nichts aus. Und macht dir so viel Schaden. Was ganz cool ist. Sparschatz, wie man über die Sprache. Vorbei. Jetzt. Den hätte man so viel besser erledigen können. Ach, man kann da durchschießen. Okay. Das war eine Sache. Okay. Da war schon jetzt so sicher, ob man jetzt mal wirklich durchschießen kann. Dann bin ich jetzt getroffen. Ich treffe ihn schon noch. Gut. 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 Ja, war es mir schon mal ein großer Kampf auf dem Platz dann, oder? Das wird ein überraschendes Angriff. Kann ich den anpacken? Sonst wohin gezielt. Jetzt ist ja ein Ding. Oh, ich bin schon mal so ein bekämpft, oder? Dass dieses Anision weggeht. Gehen wir den zweier rein. Oder dreier. Nein. Vorbei. Ich meine, ich kann einfach in den Modus gehen und nicht fertig machen. Ich kann einfach in den anderen. Ach, Mann. Ne, Mann. Ne, man, dann rakiert einfach. Ihn zu treffen ist gar nicht so einfach. Obwohl ein Meter vor mir ist. Okay. er läuft nach musik schlimmer an dass man wegschießen das ob das ding doch die aktuelle verbindung zu kassel wird durch durch sender Habe ich die Schlüter nicht gerade eben ausgemacht? Da kommen wieder neue, kann das sein? Ich habe hier falsch getroffen. Warte mal, da hätten wir noch so ein Ding. Vielleicht sind das zwei Störsender. Muss doch noch schnell sein. Ich schicke hier jetzt mal die Jetpack-Jungen da. So, keine Scherz. Okay, Angriff. Vielleicht auch. Mach den gleich mit Platz, ist doch wunderbar. Ich wollte kurz mal speichern, um Energie zu holen. Nein, der hat doch ein bisschen Energie gefressen. Nur um sicher zu gehen. War ein nerviger Kampf. Nein, die Speichern komme ich auch so weit hinten. Ich gehe da nicht, ich habe keine Lust, das da durchzujumpen. Ich nehme an, ich muss hier so drüber zurücklaufen. Da. Ich gehe einfach da runter. Ich gehe da hinten die Dinger kaputt machen, wenn wir Energie holen. wahrscheinlich. Aber egal. Lass mich mal durch. Ich kann so scheinbar das Ganze nicht einfrieren. Warum ging das nicht? Jetzt geht es. Okay. Okay. Diese Energie wäre immer gut. So. Fuck. Fuck. Natürlich springen ich da nicht ganz drauf. So, Ressourcen aufgefüllt. Geh mal weg. Wo kommt die oft alle her? So. Kann ich jetzt einfach das wegpumpen? Kann ich. Wunderbar. bei schulern jetzt singen schild ist ja schon mal was wir können aber auch betrieb was sagt das handscanner habe ich schon mal aktiviert das letzte mal wahrscheinlich ja gut wenn wir was kaputt gemacht haben können wir ja wieder zurück letztlich mal den anderen weg laufen da wo ich jetzt durch kann da wusste man erst mal so ein schildgenerator gesehen hat aber dann kannst du schießen mit einer rakete er wollte schon wieder rüber so kommen jetzt wieder gegner oder kann ich einfach gehen natürlich ich werde doch ein schild schieben ok jetzt kann schon so weg ich habe gar nichts muss auch noch bekämpfen wohl doch nie dieser fasernanzug ist doch ganz schön staut so schlussmodus da alles weg es ist einfach auf die kürze schieben kann und ich nicht ok wie ist das ja wie ist das durch aber eine abkürzung ne doch komm wir gehen da durch da bin ich auch beim schiffen und dann kriegst du sowieso wieder energie also das sollte passen wenn der quatsch weg geht ach warte mal ich muss uns einbringen so war das ich hätte schon lange erwarten können so weg ist es und da steht mein schiff gut dann machen wir zur anderen position ja ich kann mich gut voran am schnellen druck weiß noch gleich noch nebenbei wenn wir schon dabei sind hier mann der ist speichert so hier mal Hand drauf ja ist wieder ja und du 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 Oh, da sind wir ja zurück. So, können wir nochmal ein paar Space Piraten betieren? Wie viel da aus? Ich mein, klar, da hast du dafür gedacht, aber... Ich glaub, ich hab's ja einfach so töten zu können. Schau, weil sie jetzt Energie verbraucht. Das ist ein normaler, oder? Den kann ich ja so... Er hat mich getroffen. Gut. Dann... Anvisieren. Und da kommen wir durch. Endlich mal. Hat lang gedauert. Und... Durch sind wir. Hä? Hättest du aktiviert? Ja. Denk ich noch besser aimen würde. Das hat mich dann gehalten. Ähm, wie war der noch zu bekämpfen? Könntest du die Kugel zerschießen? Ja. Achso. Das muss ich sogar. Was war hier denn jedes Mal? Meine Güte. Jetzt kannst du ihn da oben beschießen. Er spuckt mich an. Nein. Ah, Streff. Jetzt. Achso. Ja. Und dann werden wir die Kleinen loswerden, würde ich sagen. Okay. Toll, sehen wir den Treffer. Hättest du das gewusst. Gut, dann gehen wir weiter würde ich sagen. So, ich habe hier alles voll. Weg damit! Ich weiß, dass wir gehen einfach. Sieht noch ein Kampfflasch aus. Auf die schon wieder. Weißt du was? Wahrscheinlich sind sie erledigt. Wer ist das denn? Wie sehen wir den mal kurz an hier? Ein Korak, hier finde ich eine Nervenbahn im Maulbereich und an der Zunge. Braucht man jetzt nicht vom Boden aus angreifen? Okay. Kann ich nicht auf den oben treffen? Theoretisch holen ist auch echt nervig. Direkt den Piloten raus schießen. So. So, im Bauchbereich irgendwo. So, wenn ich sie ankörbeln kann schon, okay. Da war die Zunge! Ja! Äh, Bauchpartie. Neuoperation Zunge. Ich sehe sie noch betäubt. Nein. Ich sehe sie noch betäubt. Dann fährst du jetzt morfball? Einfach Bomben drunter legen. Ah, ich treffe die Zunge einfach nicht mehr. Wieso treffe ich diese fucking Zunge nicht mehr? Geht doch. Er hat Schaden gekriegt, oder? Da hat er gut Schaden gemacht. Okay, wir machen das noch einmal. Wenn ich mich gerade hinstellen würde, das hier ist super. Okay. Einfach gleich zweimal Bomben. Und erledigt. Kann so einfach sein, weil ich es so machen muss. Und da ist das auch weg. So, ich habe noch jede mehr Energie für mich. Direkt wieder alles voll. Einfach so eine blaue Spur. Ah. Drohne. Noch eine Drohne. Gut. Kann ich mal kurz auf die Karte gucken? Ich drücke die falsche Taste. Das ist einfach nur ein Speicherraum. Okay, dann gehen wir nach rechts rein. Cool. Dass da endlos viele kommen. Mittelnervisch. Gut. Davon ist das gleiche Ziel. Das ist schön, ne? Gucken. Ob ich irgendwie noch einen Schritt genauer oder kaputt machen muss. Ich gehe auf mein Auto irgendwie. Geht's noch auf? Das hat gedauert. ja man. Oh, paketen. Die ich so nicht einsammeln kann. Wo ist die 1 da? Ich komme, ist ein Ziffert. Ich kann die Raketen analysieren. Jetzt kann ich sie einsammeln. Geht doch. Mehr Raketen. Oh, noch viel mehr Raketen eigentlich. Warum drücke ich jetzt C? Ich weiß es nicht. Ich gebe es den nächsten Bummenangriff. Mein Schiff hat beschossen. Ja, das war vielleicht nicht so gut. Nicht mein Schiff? Das habe ich gesehen. Okay. Also muss ich jetzt da irgendwie hier durch, oder? Hm. Das ist ein Geefeld. Ich wollte eigentlich schon geschützt anvisieren. Oh, da bin ich geschützt. Diamant, einsatzbereit. Alle Waffensysteme im grünen Bereich. Hm. Ja, gut. Halt, ich kann nochmal hier. Wie kriege ich das auf? Für diese Zeit nicht möglich. Okay. Dann müssen wir auf die Karte gucken. Gut, einmal im Kreis. Aber wie kriege ich... Äh, wie komme ich jetzt dahinter? Hier ist eine Tür. Ja, jetzt muss man da hin. Ach, jetzt zeige ich, wo das ist. Okay. Gut. Ja, aber ich würde sagen, das gucken wir da beim nächsten Mal.